Das war wirklich nett, aber leider ist sie die Falsche. Eine halbe Stunde später, Marco versucht erneut, die beiden Frauen zu erreichen, von denen wir nur eine Telefonnummer haben. Doch wieder antwortet niemand persönlich. Zumindest konnte er bei einer Nummer seine Bitte um Rückruf auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Mehrfach. Es bleibt dabei, die Nummern sind beide nicht zu erreichen. Ich versuch's später nochmal, ich mach mich auf zur nächsten Adresse. Weiter geht Marcos Tour durch Norddeutschland. Nächste Station ist der Ort Flintbeek, etwa eine Stunde Fahrzeit nördlich von Hamburg gelegen. Nach unseren Recherchen lebt hier eine Claudia Joachim. So, die Nummer 14 such ich. Ich hoffe wirklich, dass ich hier ein bisschen mehr Glück habe. Das ist die 14. Ah, super. C Joachim. Okay, das klingt sehr gut. Hallo, nicht erschreckend. Wir sind von Sat.1 von Bitte melden dich. Mein Name ist Marco. Ich suche eine Claudia Joachim. Ja, bin ich. Das sind Sie? Ja. Mädchenname auch Joachim? Ja. Tatsächlich? Ja. Sie haben mal in Karl-Müritz gewohnt? Äh, nein. Nicht. Ganz sicher nicht? Nein, ich bin in Kiel geboren und bin auch mein Leben lang in Kiel gewesen. Das heißt, Sie kennen auch keine Simone? Äh, ich kenne schon die Simone, aber ich kenne, nein, nicht von dort. Sie waren nicht in Kindheitstagen mit einer Simone befreundet? Nein. Das wäre zu schön gewesen. Ich hätte noch eine kleine Hoffnung hier. Aber es tut mir leid. Okay, nichts für ungut. Vielen Dank trotzdem. Und Entschuldigen für die Störung. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Das wäre auch zu schön gewesen. Was können wir sonst noch tun? Was, wenn Claudia gar nicht mehr in Norddeutschland lebt? Vielleicht sogar nie gelebt hat? Zurück am Auto bemerkt Marco, dass er einen Anruf in Abwesenheit bekommen hat. Und zwar von einer der Nummern, die er vergeblich versucht hat zu erreichen. Sofort ruft er zurück. Hallo. Hallo, Marco Buch ist mein Name. Spreche ich mit Claudia? Ja, das ist richtig. Ja? Ich arbeite für eine Fernsehsendung, die heißt Bitte melde dich. Sagt Ihnen das was? Ja, das kenne ich. Ja? Wir suchen immer lang vermisste Verwandte und Freunde. Darf ich Sie fragen, ob Sie mal in Graal-Müritz gelebt haben? Ja, das habe ich. Tatsächlich? Dann habe ich Sie endlich gefunden. Das ist ja fantastisch. Da gibt es jemanden, der Sie sucht. Und zwar schon eine ganze Weile. Okay. Können Sie sich vorstellen, wer das sein könnte? Auf den ersten Moment ehrlich gesagt, nein. Eine alte Freundin aus der Vergangenheit. Ihr Name ist Simone. Ja? Also, wir reden jetzt von Simone Kondo, richtig? Genau. Sie waren damals als Kinder befreundet und seither versucht sie, sie wiederzufinden. Ich helfe ihr jetzt gerade dabei. Und deswegen freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass ich Sie jetzt endlich gefunden habe. Sind das gute Nachrichten für Sie? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich bin nur gerade sehr sprachlos. Wir finden da die Worte. Also, das verstehe ich. Aber ich freue mich sehr, dass ich endlich die richtige gefunden habe. Super. Allerdings, ich bin jetzt so gerade auf dem Sprung. Sie haben mich gerade noch so erwischt. Ja. Wäre das ein Problem, wenn wir vielleicht morgen noch mal miteinander telefonieren? Überhaupt nicht. Geht das eventuell? Ja. Ich bin für den Moment glücklich. Ich habe Sie gefunden. Ich würde mich einfach morgen noch mal melden. Ja, sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Tausend Dank erstmal, Claudia. Ja, prima. Lassen Sie es erstmal sacken und ich melde mich morgen in Ruhe. Ja, prima. Lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Wer hätte das gedacht? Jetzt nimmt der Tag doch endlich noch eine gute Wendung. Das ist krass. Wir haben den richtigen geworden. Du musst so noch mein Mädchen haben. Die waren natürlich erstmal völlig überrascht. Alle am Telefon, so wie ich heute. Oh Gott. Wir haben sie. Ich finde, das ist immer schon mal das Allerwichtigste. Das ist ja der Wahnsinn. Das hat bedeutet, dass wir uns dann wieder mit ihr in Kontakt gesetzt haben. Das heißt, ich habe mit ihr gesprochen. Dann haben wir ein bisschen länger telefoniert. Ja. Da hat sie mir auch schon ein bisschen was erzählt. Mhm. Und als ihr das alles so bewusst geworden ist, war klar, wir verabreden uns. Mhm. Das bedeutet, sie ist auf dem Weg hierher. Nein. 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 Ihr seid ja verrückt. Ich wollte unbedingt herkommen. Unbedingt. Ach Gott. Komm mal her. Boah. Das glaube ich auch nicht. Meine Claudia. Also ich glaube, wenn alles so klappt, wie ich mir das denke, müsste sie jetzt bald hier ankommen. Ich würde gerne draußen mit dir warten. Ja? Ja. Soll ich dich rausbringen? Ja? Soll ich dich rausbringen? Komm mit. Ich bin Claudia. Ich bin sehr aufgeregt und auch sehr nervös. Dass Simone nach all den Jahren nach mir sucht, das ist einfach wunderschön. Ich mochte sie halt unwahrscheinlich. Das war irgendwie eine Herzensperson für mich. Wir waren beste Freundinnen und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Bei mir war es so, dass ich damals mit meiner Mutter dann weggezogen bin und daher ist der Kontakt dann komplett abgebrochen, weil wir dann in die BRD gezogen sind. Daher war das dann natürlich so, dass von jetzt auf gleich wir keinen Kontakt mehr hatten. Und das hat mich schon ziemlich bewegt. Also ich hoffe darauf, dass das so ist, dass es wieder von der einen auf die andere Sekunde genauso wieder ist, wie es gewesen war. Diese enge Verbundenheit, das wäre schön, ja. Das ist so lange her, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich freue mich riesig darüber, sie wieder sehen zu dürfen. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Oh. Geht gleich los. Vor fast 50 Jahren wurden Simone und Claudia durch die schicksalhaften politischen Verhältnisse in der DDR auseinandergerissen. Doch ihre Freundschaft überdauerte bis heute. Jetzt ist es soweit. Ich bin zu deiner Freundin. 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 Ich habe zu deiner Freundin. Du hast es unendlich gefehlt. Wahnsinn. Das ist so. Wahnsinn. Komm her. Danke, danke, danke. Toll. Da muss ich doch einmal dazukommen, wenn ich euch so sehe. Geht's euch gut? Ja. Jetzt wieder. Dann habt ihr vielleicht jetzt die Möglichkeit, da weiterzumachen, wo ihr aufgehört habt. Auf jeden Fall. Auf die Freundschaft. Alles Gute. Tschüss. Auch nach fast einem halben Jahrhundert besteht Simones und Claudias Freundschaft. Und nun kann sie nichts und niemand mehr trennen.